Das war so geil wie ich da rübergehe. Bis dahin, willkommen zurück zu GTA Online mit Dennis. Hi. Jutten, hallo. So, heute haben wir einen Parkour mit dem Spezialfahrzeug Deluxo. Und das Ding kann fliegen, Freunde. Und das tut es auch direkt schon. Loll. Kann man es nicht ausschalten? Ach, das kann man nicht. Nein, du! Nein! Loll, aber es aktiviert sich von selber in dem Rennen wohl. Aber man muss durch den Schlitz. Als ob. Du warst ja gar nicht mal so falsch. Lolls. Achso, das aktiviert sich immer von alleine. Ja. Offenbar schon. Das finde ich ein bisschen scheiße im freien Modus. Oh, das sieht doch gut aus. Nein, ein bisschen zu tief. Loll, da ist noch ein Stoppschild dahinter. Siehst du das Stoppschild? Hä? Wie hast du das gemacht? Wie bist du so? Keine Ahnung. Ich habe einfach nach oben gezogen. Ganz doll. Oh, jetzt sieht es doch gut aus. Aber das Stoppschild. Nein. Guck mal! Guck! 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 Lass mich rein! Ich komme rein! Ich bin drin, Alter. Das finde ich ja scheiße, dass man das Auto nicht im Fahren-Modus benutzen kann. Alter, ob der jetzt nicht hochgezogen hat. Okay. Wie viele Punkte haben wir? 16. Das ist nicht so viel. Der ist nicht so leicht zu steuern. Nee, auf jeden Fall. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gooooooooh. Oh haha. Hey, jetzt hat er die Reihe von selber wieder aktiviert. Er muss seine ganze Zeit, genau, ganze Zeit knüppeln und dann... Ah! Oh Gott! Alter, was... Alter, oh! Alter, ist die Steuerung. Ne Zumutung. Ey, beim Auffahren, verdreht der immer komplett. Digga! So. Lol. Nein! Jawohl. Ich bin durch. Oh! Nein! Oh! Alter, was... Kann man den nicht wieder Reifen anmachen? Alter, leck mich doch am Arsch. Nee, kann man halt... Oh Gott. Rißt du mich? Nein! Ich hab verkackt. Das ist so heavy, Alter. Nee, ich hab verkackt. War ich ja? Warum? Ah! Geil, ey. Alter, ich muss alles nochmal neu machen. Tschau! Ey, dieses Teil steuert sich so eklig. Alter, man muss das mal langsam machen. Die Rache. Ey, verpiss dich! Ciao! Huh! Ah! Nein! Ich dachte, ich hab's noch einmal, das ist auch so schnell! Ich dachte, ich hab's noch einmal, das ist auch so schnell! Ich bin so geil. Mann, es ist so eklig das Ding zu steuern. Das gebe ich dir allerdings recht. Was ist das? Lol, Leute, Leute. Fahr einfach, wenn du das jetzt noch schaffst, ne? Hä, lol, was war das gerade? Ich hab mir nach Wand gepackt. Das war aber sehr interessant damals. Was? Achtung, hier kommt DERLY! Scheiße! Mann! Seh nix! Arsch! Ach, piss dich! Mann! Wie dieses Teil ist nicht steuerbar! Nein! Ja! Ok, sorry! Ich hatte kurzzeitig die Reifen. Lol, wie soll man das hier machen? Bro. Was ist ein Ballrath, Alter? doch guck mal wenn du da wenn du da drauf bist wenn du irgendwie also du kannst es was macht ja ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch ich komme nicht das habe ich nicht geschafft keine ahnung danach kommt nur noch eine sache und dann ist der punkt ja jetzt leck mich auch am arsch er schafft das jetzt oder was hat das eiskalt first try gemacht willst du mich verraten das ist heavy ich muss doch nicht so rüber probleme kommen vollspeed einfach hoch ich hab's ich hab den punkt alles klar jetzt muss ich darüber oder was kann ich mich jetzt auch so retten ich kann mich einfach auch an der stange retten ja so jetzt muss ich auch diesen wort man ja ich gehe immer an die wand läuft nicht so bei dir gerade ist ein rennen flieger modus doch nicht an die kann man da an der wand sich einfach hochglitschen die idee war gut so langsam als freundlich lol guck dir das in der aufnahme an ich werde mir das alles anschneiden was ist das auch für ein verhalten ich drücke nach links und er rutscht trotzdem nach rechts über den rand er wird angezogen ich verstehe es nicht das ist wie ein magnet diese wand ich weiß nicht was dieses auto für ein problem hat wie hast du den wort gemacht kannst du mir mal erzählen aber ich krieg diesen wort hier wirklich nicht ey guck da mal was ist das das ist lächerlich dieses verhalten er wird instan die nach rechts rausgedrückt obwohl ich durchgehe nach links durchsträmmel das ist falsch aber man kann also pipeline oder so kann man nicht machen weil dann aktiviert er die reifen das ist einfach ne zugutung ey ich kann diese scheiße nicht ich hätte wahrscheinlich doch da irgendwie langfahren müssen fuck you bastard wie soll ich das hier machen danke danke auto ich verstehe es nicht irgendwie muss ich da hochkommen aber es ist unmöglich da hochzukommen von der seite sind da irgendwie so gegenstände gegen aber vielleicht muss ich dann einfach das hat er ja nicht gemacht dann hat er seine reifen aktiviert wahaha endlich alter leck mich doch am arsch ja aber sobald ich dagegen veraktiviert er seine scheiß reifen da bin ich einfach rüber gespeedet man kann sich so easy mit dem ding sichern ja das ist vielleicht so ne das kann ich gar nicht also da bin ich echt unterlegen sehr stark ey ich verstehe nicht wo ich hier hin muss man es ist so unübersichtlich der die kommt jetzt und macht das fest man kann da nix man kann hier es gibt hier keinen weg nach oben ich mach es ganz langsam schon mit langsamen hier sogar noch ey ich muss da irgendwo richtig hoch auf den punkt wo ich nicht mal hoch komme vielleicht muss ich ja wieder rausfliegen ich hab keine ahnung ich will doch nicht deine scheiß reifen alter ohne scheiß was soll das was macht der denn da hast du mich gesehen du musst mich verarschen ja aber sobald ich den weg mache dann ey was ich war ich war wie soll ich das schaffen ich komm da nicht hoch es gibt keine möglichkeit da hoch zu kommen ich hab solide zehn minuten rückstand zu dir da ist das vielleicht nicht von der seite und dann rechtzeitig rausfahren das ist halt echt äh 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 ja man wieso nicht wieso nicht warte hä wo muss ich denn hier hin man ich komm wieder es gibt keine möglichkeit da hoch zu kommen wo ist denn der punkt muss ich da doch in dieses rote röhrending da das ist eigentlich die einzige sache wo ich reinkomme aber es bringt mir null da hinzukommen ok daddy ist da offenbar jetzt verkacke ich hier jeden try alter ne du musst dann noch ach so doch ja du hast es geschafft jetzt versuch dich hier mal wo ist denn der punkt ja ich hab den punkt nicht gesehen ey der ist auf der röhre da wo du grad hoch guckst auf der blauen röhre drauf ja da ist doch ein weg ja aber da kommt man ja nicht hoch du kommst da nicht hoch das ist das problem man muss da irgendwie auf diese wahrscheinlich in die rote röhre rein dann musst du doch einfach da hoch oder was nein sobald du an dieses blaue ding ranfährst aktivieren sich die reife ne ich probier's ich will jetzt mal gucken was du meinst äh so jetzt bin ich wieder hier drin aber ich vermute was bringt mir nichts da ist ja extra gewollt dass man da nicht hoch kann aber kann natürlich sein dass man das so machen kann ich glaube ich weiß jetzt wie ah dieser hund ja gg also wow guck mal wie hier chille läuft bei dir man fuck wie hm das war jetzt kacke der driver nicht gut hm du bist jetzt natürlich schon länger hier du weißt natürlich schon jetzt weiß ich wie es geht nein du hast doch fast gehabt hm du kommst doch gut und ähm ja 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 das ich dafür so lange gebraucht hab das zu realisieren kommst du so hoch dass du dann hier rote hörst ich würd gar nicht mal so hochkommen Ich muss ein bisschen rumprobieren einfach. Hm, schau dir. Ach, das ist doch... Wie, Alter? Fick dich, du Bastard. Steig doch ein! Nein! Nein! Du sollst dich nicht an die Scheißwand drehen! Oh, oh, hm! Na? Aktiviert auf die Reifen! Nein, ich wäre fast drin. Ey! Ist das machbar, ist das machbar? Nein! Das ist mal knapp. Ich hab den Punkt! Wie hast du's gemacht? Junge! Diese Hunde, Alter. Ich seh mich hier wieder 20 Minuten, schön. Und jetzt muss ich... Also, du musst in die rote Röhre rein und dann musst du von der roten Röhre so abspringen, dass du nach oben fliegst. Und dann voll nach oben ziehen und dann, äh, irgendwie dich an der Wand abstoßen und dann mit gut Glück der Röhre... Ich war fast, äh, auf dem Lucky-Try, so wie du's grad machst. Was für ein Lucky-Try? Das ist bestimmt so gewollt. Nein! Ey, als ob dieses Auto so unkontrollierbar ist. Als ob ich, als ob ich, wenn ich einmal bis zum Ende durchfahre, ein Problem aus einer roten lande. Ja, und jetzt musst du versuchen, irgendwie so abzuspringen, dass der nicht die Reifen aktiviert... ...und du dann da drüben, äh, ankommst. Das ist zu stark, aktiviert die Reifen. Ja, gut, es ist aber leicht, ein Rohre reinzukommen, dann probier's vielleicht erst mal so. Wobei, ich ist einfach. Naja, so hab ich's ja auch gemacht. Bro. Ein paar Mal ist es mir gelungen, die Reifen da zu aktivieren, und wenn es nicht passiert, dann fliegt er einfach rüber. Flutscht einfach rüber, als ob's nichts wäre. Guck mal, wie er nach oben rutscht. Ach, Junge. Ah, ich bin drinnen, blau. Jetzt hab ich's, oder? Jetzt muss ich nur noch hier, irgendwie... Ah. Komm. Ja, ich hab's. Ah. Aber glaub mir, der Punkt, der jetzt kommt, ist auch nicht viel schöner. Wo muss ich jetzt hin? Ja, du musst jetzt, äh, entweder da oder auf der anderen Seite, und dann einfach nur gerade hochfahren. Eigentlich nicht schwer, aber... Da hab ich auch ein paar Trace gebraucht. Aber die Stelle hier ist so eklig, Alter. Das geht gar nicht klar. Ich wette, du kommst gleich an und machst die first try. Mann. Okay, das haben wir schon mal für's try. Das war ja auch nicht, eigentlich nicht schwer. Ich hab mich nur ein bisschen durch mich angestellt. Und jetzt? Jetzt müssen wir da rüber, glaub ich. Hier drauf abbremsen und dann irgendwie da hochfahren. Das ist aber nicht so leicht, da drauf abzubremsen. Okay. Lol. Kann man da einfach... Ich verstehe, was du meinst. Easy drauf. Lächerlich. Wirklich richtig lächerlich. Ja. Easy. Aber wie scheint war der nächste Punkt? Ach du Scheiße, was kommt hier noch? Jetzt schaff ich's natürlich auch, lol. Ja, moin. So, okay. Ach du Scheiße, nach oben. Okay. Wo ist denn der Punkt? Du musst weiterfahren in Richtung Punkt, aber du musst auf so eine Plattform. Aha. Alter, was zum... Nei, nicht in den Reifen, oder? Alter, das ist, äh... Das ist, äh... Ne Ansage, möchte ich sagen. Nicht in den Reifen. Nein. Nein. Ich hab was schon gesagt. Äh, hier sehen auch so, Tiro. Ist das... Ist das so... Nein. Nein, 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 nein. Bleibs nicht. Das ist so nervig, wenn du die... Ich glaube, sie ist so gut aus wie mich. Das ist so nervig, wenn er die Reifen deaktiviert. Noch ein Versuch. Ja, wenn er sich zu schwer zu quer stellt, ne? Done. Deswegen... Mal gucken, was ich mir da... Scheiße, ich bin nicht hochgekommen! Ich glaube, ich habe es immer. Sehr schön. Ach so, jetzt kommt genau das, was ich schon gemacht habe, wo man sich mit den Aussortierern hochziehen lassen muss. Kommt so jetzt ein Punkt nach dem anderen? Oh, wie ich jedes Mal dieser Stelle habe. Ich glaube, die Map ist hier vorbei. Okay. Wenn die Map da vorbei ist, dann fresse ich den Besen, Alter. Dann habe ich dich kurz um zu überholt, Alter. Hast du mich echt kurz um zu überholt, weil ich mich an deinen Stelle so dumm gesteht habe. Aktiviert auf den Flugmodus wieder, was ist denn dein Scheiß-Problem? Oh, Alter. Nein, du bist noch nicht zu Ende. Oh, fuck. Ist das ein Abfuck, wenn man hier zu schräg... Man wird doch immer da angezogen. Man wird immer zur Seite angezogen. Ich meine, was ist das denn? Aber es... Och, Mann, ich will nicht mehr, ey, diese Stelle. Dieses Auto, ehrlich. Mann, ich war die ganze Zeit erster und dann kommt diese behinderte Stelle, die du natürlich wieder Second-Trial oder sonst einen Schrott hinkriegst und... Nein, 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 nein. Schon sieht's richtig mau aus. Ey, hör auf, ständig deine Reißen zu aktivieren. Ey, das geht mir doch hier ganz genauso. Ey, wie soll man da hinkommen? Und dann da auch noch weiterfahren? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich fliege ich jetzt wieder. Es ist nicht machbar mit diesem Auto. Es ist einfach nicht... Es ist wenig mehr. Ich hab keine Lust mehr. Das macht keinen Spaß. Komm, gib's mir doch. Digga, wie soll man das hinkriegen? Und dann, ey, immer am letzten... Immer am letzten verkacke ich... Ja, ich flieg jetzt ins Wasser, ganz ehrlich. Wir stürzen ab. Nichts hält uns im Himmel. Nein, nicht reifen. Alter, willst du mich fangen? Sag mir nicht, der kann nicht abstürzen. Als ob der kann über Wasser fahren. Kann ich nicht haben. Oh, ja, kann ja. Ich hab's geschafft, Alter. Der nächste Punkt ist das Ziel. Fuck you, Alter. Wo? Lol. Was? Lol. Was? Wie soll man da durch? Mit der Steuerung, das kann ja was werden. Ey, warum ist dieses Auto so benappt, Alter? Da sind sowas von viele Programmfehler drin, ne? Das ist einfach gar nicht... Digga, wie soll man das schaffen? Wie soll ich da durchfahren? Ich will sie mit einfach nur noch beenden. Man kann sich einfach an so einen Baum hochrasseln. Ey! Ach Junge, ich will dieses Spiel echt nicht mehr spielen. Das gibt mir grad den Rest. Oh, nein! Kann man hier an der Seite vorbei? Natürlich nicht, weil das Auto sich mal wieder deaktivieren muss. Wie kann man so hängen bleiben? Schafft man das auch so? Oder man schafft's auch ohne Speed? Sag's doch gleich! Bitte flieg einfach ins Ziel. Ich hab echt keine Lust mehr auf dieses Auto. Es lief so gut am Anfang und dann... Äh... Die 20 wäre hier ganz geil gewesen. Wobei ohne das Fliegen durchaus das sich jetzt... ...schwierig erweist hat. Erwiesen hat. Wollt grad sagen. Äh... Erweist alles klar. Deutsch lernen, Fernsehen! Das ist hier das Ziel. Hier ist das Ziel. Fahren Sie bitte einfach rein. Oh, Alter. Oh! Ekeliges Auto, Alter. Ich hab's geschafft. Ich verbrenn's im Wasser. Alter, dreiviertel Stunde. Kam mir gar nicht so lang vor. Für die Worldwide Map haben wir genauso lang gebraucht. Aber hier war's einfach... Warte, flieg jetzt auch durchs Ziel. Hier war's einfach ne Ewigkeit. Es war einfach... Das ist doch das Ziel gewesen. Ne. Doch, hier war das. Ein Ziel. Hier war der Start oder so. Aber was weiß ich denn. Freunde. Das war's für diese wunderschöne Folge GTA Online. Mal schauen. Was ist die nächste Folge? Freu dich, dass du mich fern willst. Das Standbild. Das Standbild, Freunde. Ich bedanke mich für euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. voros Mal. Wewenn. Das ist derWhich Fall. Das ist die Folge. Die Folge habe also versucht den Knopf zu holen. Verläutert heraus. odaennale ziemlich gerne Ellerschaft ensuring wir jouren nicht fest Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020